...hat in undemokratischer Weise schon viele Entscheidungen getroffen, unter anderem rund um den Impfpass. Deswegen sind wir hier. Der Impfpass, der Pass, der Passsanitär, dient nicht den Menschen. Der Impfpass dient nicht dem Leben. Der Impfpass dient nicht unserer Gesundheit. Der Impfpass sanitaire ist nicht da für unsere Gesundheit, nicht da für unsere Protection. Der Pass sanitaire ist eine Honte. Das tut die Demokratie. Ist es noch jemand, der in die Frage? Ich wollte einfach auch sagen, was für uns in Allemagne, ich bin Französisch, ich bin in Allemagne, ist das gleiche. Wir haben nicht den droit zu kommen, ohne die Blanche zu zeigen. Aber wir sind auch hier, weil in Allemagne, alle Manifestationen sind, in general, annuliert. Wir verhindern uns die Manifestationen. Wir sind im nächsten November, weil wir sind kaffiniert von Faschisten, etc. Und das ist deshalb, dass ich mich für die Präsentation von Antifa-Francais, die echt französische Antifa-Francais waren. Wir sind jetzt! Vielen Dank!